Die Darstellung zeigt drei Schichten des OSI-Modells, Schicht N und die jeweils benachbarten Schichten. Aus der oberen Schicht N plus 1 kommt die entsprechende Protokoll-Data-Unit in die Schicht N. Tritt diese PDU in die Schicht N ein, so wird sie als eine Service-Data-Unit bezeichnet, da sie die Services dieser Schicht N nutzen will. Die gesamte SDU ist dabei die Payload der Schicht N. Nun wird die SDU mit dem Protokoll-Control-Informations, kurz PCI, ergänzt, die manchmal auch als Header bezeichnet wird. Die PCI und die SDU der Schicht N werden nun zusammengefasst und ergeben wiederum die Protokoll-Data-Unit dieser Schicht N. Diese geht nun in die darunterliegende Schicht N-1, um dort wieder entsprechende Services zu benutzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017